Hit Radio RT1 Ja, herzlich willkommen hier im RT1 Sendestudio. Ich bin Daniel Lutz, bereite gerade eine riesen Überraschung für Chris Hedrich, meine liebe Morgenshow-Kollegin, vor. Sie hat ja so ein bisschen versucht, hier das Studio zu dekorieren jetzt für Weihnachten und ich finde, sie hat das schon ganz gut gemacht. Aber ein bisschen was geht ja immer und deswegen möchte ich, wenn sie morgen früh hier zur Sendung in dieses Studio kommt, dass sie vom Glauben abfällt. Damen und Herren, es werde Weihnachten. Ich bin durchgeschwitzt, zwei Stunden Deko-Arbeit sind vorbei. Ich bin sehr gespannt, was Chris morgen früh zu meinem Werk hier sagt. Guten Morgen, hallo, grüß dich. Alles okay? Ja. Oh, das ist eine Kamera. Warum? Keine Ahnung. Du musst mir jetzt mal vertrauen. Ja. Ich möchte jetzt mal kurz die Augen verbringen. Ja. Hallo, guten Morgen. Hallo, Chris. Hallo. Moment. Upsi. Siehst du noch irgendwas? Nee. Hast du Shades of Grey gesehen? Oh, ich habe nicht. Nein. Ihr fesselt mich jetzt hier. Wir nehmen dir mal kurz ein Heschen. Ja, das wollte ich vielleicht auch. Sonst schätze ich überhaupt nicht. Du wolltest doch Weihnachten haben? Ja. Du darfst die Augenbinde jetzt abnehmen. Ho, 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 liebe Chris. Ist das jetzt endlich Weihnachtsschmuck genug? Ja, ja. Oh, wie schön, wie schön. Mit Schnee. Super geil. Hintradio RT1.